So, jetzt schauen wir ein Stück weiter, und vor allem im Badebereich, im WC, das war ein Promerinnen, also da begrüßt euch zuerst einmal dieser Frosch, und da ist entweder frei, wie es jetzt da ist, oder ich müsste es umdrehen und dahinter ist dann besetzt drauf, oder ihr haltet euch einfach dran, wenn oben ein Licht scheint, dann geht man nicht ein, aber wir machen jetzt mal eine Ausnahme. So, da habt ihr dann für euch ja Wohl gesorgt, die Fettewaschen, die Sichtwaschen, die Obstelflächen, zum Urwecken, dann hinter der Tür findet sich dann die Torette, das WC, und gegenüber habt ihr dann noch die Dusche da drin, eingebaut, genau. So, das ist die Handverschrift, mit der Ablage oben für die Handbücher etc. Und jetzt können wir wieder raussehen, das war in einem oberen Stück.